Die Kneipe ist voll Und du bist es auch Du hast Appetit Und nur weh im Bauch Dann fällt ein Blick Auf diese Schüssel Der Duft von Nüssen Steckt die in den Rüssel Du liebst die Hand Und weibst hinein Da hörst du die Stimme In die Schrei Greif nicht die Schüssel Mit Nüssen rein Da drin können viele Dinge Außer Nüssen sein Keime, Viren, Bakterien Machen in der Nussschüssel Ferien Du stellst dir vor Wo die Leute so waren Bevor sie die Hand In die Nussschüssel greifen Leicht auf dem Klo Ohne Hände zu waschen Genauso wie du Liegen Sie sind umsonst Und das ist das Problem Denn wenn was umsonst ist Lässt man's nicht einfach stehen Du wirst sie probieren Doch bevor du das tust Denk an dieses Lied Denk an die Nussschüssel Denk an die Nussschüssel Aber greif nicht in die Schüssel mit den Nissen rein, darin können viele Dinge außer Nissen sein. Lass die Schüssel einfach unberührst, weil sie eventuell zu schnippen an den Lippen fühlt. Geif nicht in die Schüssel mit dem Rüssel rein.